Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Junge! Ja, mich! Wir spielen heute das Thailand-Game zusammen mit Fibi, Marina, Luis, Papa Katte und Hugo. Das Spiel funktioniert ganz simpel. Eine Person ist blind, und muss die anderen abschießen. Wenn sie getroffen sind, sind sie raus. Super simpel, oder? Ja! Juhu! Juhu! Könnt ihr uns wieder draufschneiden? Jetzt einfach richtig schlagen. Kannst du was sehen? Hey, der wird noch was! Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1! Wer war zu fech? Ja! Ich hab voll Angst, mich zu bewegen. Ja! Ah! Pass auf! Da gehst du mal drauf! Ich bekenn mich, wie du holst! Ich bekenn mich, wie du holst! Was? Hey, wie bin ich denn gerade Coach gerade? Habe ich ihr getroffen? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Mach auf hier! Ah! Nee. Hab ich immer noch niemanden? Nee. Nee, ich hör halt auch kaum. Und du bist fast da? Fast echt? Ja. Bist du lieber? Ja. Hast du mich? Tschüss! Hä, wieder hab ich abgeschossen? Nee. Sorry. Sorry. Warum ist die? Weiß ich nicht. War da noch jemand? Ja. Bällchen? Oh mein Gott. Moment, du hast dich geklappt? Du hast dich geklappt? Weißt du was? Nein, 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 nein. Das bin ich. Achso. Alter. Wo bin ich? Alter. Der war getroffen. Ja, der ist abgemauscht von der Waffe. Ja, das zählt. Die Waffe braucht jemand, oder? Kevin, du wirst doch gerade hier. Digger. Wie ist die Couch? Alles gut. Ich war schon. Ach, sorry. Ey, Hugo meintest du's mega smarten Leben hier zu sitzen? Sehr hart. Sorry, was war das? Mach mal wie? 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 Wo bist du? Die Hälfte, die Hälfte. Der war der Zuschuss. Die Füße am Sterben. Junge. Leute, Leute, Leute. Ganz kurze Unterbrechung. Sorry dafür. Aber seit kurzem habe ich einen Feed-Kanal, wo ich auf Videos reagiere. Und das Ganze mache ich on-stream. Deshalb würde ich mich sehr freuen, falls ihr vielleicht auf meinen Twitch und auf meinem Feed-Kanal vorbeischauen könntet. Würde mich sehr freuen. Und ja. Jetzt weiter mit dem Video. Die nächste Person ist Hugo. Hugo, bist du bereit? Okay, wir drehen nicht ganz kurz. Ja. Drehen. Drehen. Hey. Kriegt das überhaupt besser, wenn ich blind bin? Hey, geh schon los. Ich mach zurück. Hey, nicht auf den Hinterkopf schlagen. Okay. Hör auf! Darf ich spülen mit Hans? Ja. Ich muss hören. Mach mal eine Räute. Hör auf! Hinter dir. Oh, Junge! Ja, mich! Hey, 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 hey! Hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hahaha! Hab ich getroffen? Nein. Schiss! Jetzt! Nein! Jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Nein! Har ich? Nein! Oh, wie schön! Oh mein Gott! Jetzt schießt du Wichser! Hab ich's? Nee, warte mehr. Jetzt ist es so gut gedummt, ne? Ja. Hab ich noch welche? Ich glaube nicht. Schieß doch einmal. Geht nicht schön. Oh! Ich schwöre, du hättest mich gerade getroffen, ne? Okay, nächste Person ist Phoebe! Yay! 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 Maruna dreht sie einfach. Cool Mann, endlich Phoebe, wow! Es geht los! Oh, ich kann gar nicht laufen. Ja, ich kann gar nicht laufen. Ich kann gar nicht laufen. Arten reden sie! Ja, das ist das. Hahaha! Haha! Ah! Oh, oh! Guck mal, hinter dir ist jemand, genau hinter dir. Wer ist Käpt'n? Guck, der haut dich jetzt. Wer ist das, wer ist das? Hinter dir, hinter dir. Nee, au bitte, zielt nicht immer auf mich. Ach Dori, du bist da, sag's doch. Junge, wer schnippt in mir die ganze Zeit, ich kenne ihn nicht mehr. Warte, warte, links. Okay, leer. Ist leer. Problem? Ja. Hat Filmen getroffen? Uro ist auffällig oft draußen, ne? Ich wollte's nur mal erwähnt haben. Diese Person ist Kevin, bist du bereit? Ja. Okay, dann drehen wir dich kurz. Und gedorfen? Habe ich jemanden? Ja, die Scheibe. Hier ist die Couch. Okay, das war Hugo. Das war wieder die Scheibe. Ich muss mehr, ich muss sparen. Wie viele Schüsse habe ich? Noch vier. Hau! Wir machen eins auf. Schieß! 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 Jetzt muss ich wieder an die Leute stecken hier. Okay, das ist scheiße. Habe ich jemanden getroffen? Habe ich jemanden getroffen? Oh mein Gott, ja. Hier ist irgendwer. Tschieß! Wie viele habe ich noch einen, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war. Das war ja. Der war. Okay, das ist leer. Wie viele habe ich? Drei. Wow, let's go! Das ist der Punkt. Die nächste Person ist Maluna. Bereit? Ja. Wir drehen nicht. Hau! Nein! Kann ich nicht. Hau! Ich muss im Motorrad rein. Wie, ich muss nur schießen? Motorrummer. Hau! 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 Schau mal nach unten! Links! Bisschen links! Bisschen links! Ja! Rechts! Noch weiter! Noch weiter rechts! Au! 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 Team schießen! Schieß! Schieß! Schieß auf Team! Schieß auf! Schieß auf! Genau in deinem Kissen vor dir! Ich glaube das war der letzte! Probier nochmal! Nein! Letzte Person! Lass dich schon verstecken! Du bist bereit? Wir drehen dich okay? Ja! Wir drehen dich okay? Wir drehen dich okay? Ja! Drei! Zwei! Jungs! Jungs! Hallo! Hallo! Ich bin ja gut! Jungs! Ich bin ja ungeräufig! Ich bin ja ungeräufig! Als die Kauze! Ja! Wo seid ihr Pisser? Macht Geräusche! Wunder, Klappe! Schieß! Und! Schieß! Schieß! Und! Und! Nicht zu mir! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Schieß! Bist du dich? Jetzt einfach wandern! Stich nach links und abdrücken! Links, links! Links, links! Links, links, links! Ja! Wert, rechts, rechts! Jetzt, jetzt! Genau von hier unten! Zwischen der Couch! Ja da müsst ihr die Rechte haben! Ja da, da! Rechts, rechts, rechts! Rechts, rechts, rechts! Danke, Mann! Du brauchst voll die Schmerzen einfach abfeuern! Wow, das ist so knapp! Mal Luna gleich tot! Der wacht, der wacht, der wacht! Ja! Applaus nur! Nein, 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 nein! Der ganze Schmerzen hier zu machen! Oh mein Gott! Schmerzen, schmerzen, schmerzen! Schmerzen, 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 schmerzen! Ey, wir müssen die Couch noch drücken! Ja, ja, ja! Ich muss eben sagen, die Huber am Anfang in die Toastos noch eingebaut, oder? Oh, what the fuck! Hey Leute, wenn es euch gefallen hat! Ja! Lass ein Like und ein Abo da aus! Das war's! Tschüss!